Wir gehen einfach mal rein, oder? Komm mit! Kalater, Mangeli, Lobius, Yo. Klingt fast wie ein Zauberspruch aus der Harry Potter. Egal. Flauschig, flauschig! Was haben wir hier? Kristalline. Regale, okay. Ich bin Experte. Ich würde irgendwie vorschlagen, dass man Pflanzen mal so bindet, dass man sie auch aussprechen kann. Philodendron, Paul, Eduard, Cementa. Wenn ich eine Pflanze finde, dann nenne ich die auch so, dass das keiner mehr aussprechen kann, um mich einfach nur daran zu rächen. Oh, ziemlich viel Stängel, Schnucki. Guck mal, da ist der Topf. Eins, zwei, drei, vier, fünf Fäuste. Mal, ne? Und seht hier so alle Tische voller Pflanzen. Jo, nimm, fuh, fuh, okay. Okay, schnell weiter. Babypflanzen, soweit das Auge reicht. Und oben natürlich auch noch Babypflanzen. Babytöpfe zu den Babypflanzen. Du bist eine Gloriosum, richtig? Ich bin nämlich Experte. Ich bin nämlich Experte. Du bist ein, ähm, na, komm, sag schon. Nicht verraten. Na, aber holy magst du egal. Da, hab ich doch gesagt. Regale, okay, geführt hebe ich irgendwie immer die gleiche Pflanze hoch. Fährt mir jetzt aber, glaub ich, auch schon selber auf. Du stehst mir im Weg. Warte mal. Dünn und flauschig. Dünn und flauschig. Guck mal, ich glaub, die hängt hier auch schon ein bisschen länger. Ja, ich glaub, hier, hier unten sieht man noch den kleinen Topf. Ich dachte, wir packen die jetzt gemeinsam aus und gucken mal, ob sie halt zu Hause angekommen ist. Auf geht's. Jetzt, ich dreh sie mal. Da musste ich einfach zuschlagen. Es ist eine Anthurium Insignia Gigante. Es ist in der Tat etwas gigantisch. Ich hoffe, dass ich sie trotzdem noch stellen kann. Und ich hoffe auch, dass meine Tippe passen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.